Was ist hier passiert? Der Tod. Ich habe seinen eisigen Atem gespürt. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt wie im Herzen des Winters. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Hexer. Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Du hast gesehen, was passiert ist. Sie konnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Nun, die wilde Jagd wird sofort wissen, dass ich Ciri gefunden habe. Sie wird angreifen. Ich möchte, dass du sie mit mir bekämpfst. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. In Ciri's Adern fließt das ältere Blut. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Geralt, etwas wurde. Du weißt, wie dies enden wird. Ich möchte, dass du das ein Partner dabei hinunts antidem ز aunt. Und das sind nicht immer mit einer해�jante. Du weißt, wie wird es nun ein unas, und über Ältere Blut.